Hier dauert das alles noch ein bisschen Wenn man hier schon guckt, erforscht alleine Ich glaube, das ist das, das wir auch zuletzt erforscht haben Nee, irgendwie nicht Nee, wir haben ja die ganze Zeit Energiewaffen da nur, oder? Naja, kann natürlich sein Stimmt, wir könnten ja hier mal gucken Raumhafen, da wir hier so schön viel davon haben Ähm, Corvette Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei, vier, fünf So Eins, zwei, drei, vier, fünf Hoffen wir mal, dass es so hinhaut alles Steht nicht auf einer neuen, also ist irgendwo was Obwohl es haut eigentlich hin Na gut, okay, weil wir da nur viel gemacht haben Na gut, dann haut es vielleicht doch hin Ne, also da wollten wir ja gar nicht hin Hier sind wir doch hingegangen, ne? Ja Pusch, kaputt Da sind die aber erst mal soweit durch und fertig Ach, sind die Das sind die Versagen von denen, ne? Ja Keine Ahnung, ob die jetzt In der Hinsicht dann gleich helfen Ruhe Helm Hm Die Truppe hier kommt erst mal Ob da mit runter dann Hä Ach, da kämpft einer von unseren Truppen Okay Ja, solange du die kaputt kriegst und ich dabei kaputt gehst Mach es gerne, gar kein Ding Der Reich ist auch gar nicht mehr so groß und wir haben echt viel von dem wegge-smasht Und wahrscheinlich hätten wir eigentlich dadurch schon längst genug Anteile haben müssen, um gewinnen zu können Ah, gut Ich glaube, wir haben immer noch nicht genug Punkte zusammen Ne Drei Stück aber nur noch, das ist nicht mehr so viel da du lachst dich kaputt darüber gut dann testen wir das jetzt nochmal und jetzt machst du plus 3 komischerweise jetzt können wir auch gerne einen neuen Sektor da hinten gestalten da müsst ihr sogar zwei Sektoren dafür machen mili Jay politiert zusammengeschmert jetzt aber richtig ist gesehen habe und haben wir doch jetzt nur 22 21 ok du bist natürlich echt da hinten am arsch der welt ihr könnt euch erst mal nach hause kommen hier irgendwie dahin hin hin und du auch oder ihr auch nach ok 1 23 russisch gar nicht mitbekommen gehabt so müssen wir alles ist das denn hier uralte fabrik das ist das hier monument der reinheit also ganz gute kraftwerke das ist arbeitslosigkeit, hier drüben ist arbeitslosigkeit bauen, oh gott, warte mal grenzchenik probenbarkeit erstmal Ich bin ein... 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 wieder die Türen überhaupt und eine gewisse Kumpel wo München um Ja, ja. Ich würde die natürlich gerne überlegen, ne? Und natürlich klar sind die überlegen, die Arschgeile. Oh, das ist eine tote Welt, definitiv. Terraforming ist daraufhin auch nicht möglich und wir haben auch gar nicht die Einflusspunkte jetzt überhaupt nicht verstanden. Das ist echt nervig, ne? Dann werden wir erst kippen, das Verhältnis, dann werden wir die Arschgeigen. Na, die kriegen wir leider hier wahrscheinlich nicht zusammen, wenn wir jetzt hier gehen auf... weil nicht aneinander docken. Na, ob die jetzt aber extra dafür jetzt, wenn wir das bekommen, können wir uns echt gar nicht leisten. Also nicht mehr Forschung gehen. Äh... Ich weiß bloß nicht, ob die jetzt jemanden brauchen, der hier sagt, hier mach das und das. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Diesen Sektor ist kein Grund zugeteilt zum Zuteilen eines Korbismus. Ich weiß es nicht. Naja, wir wissen, dass es schon wieder voll ist, bla 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 bla. So, das heißt, mit denen können wir sowieso eine ganze Zeit lang wieder keinen Krieg führen. Das heißt, wir müssen uns wieder eng ein anderes Opfer suchen. Das wäre wahrscheinlich in dem Fall dieser hier. Um... Ja... Ja... Da ist die Transportplotte, da will ich unsere Zeichen schicken, also Deflection nach rüber ok. Fickt auch da rüber. Achso, das ist die First Kali. Achso. Ja dann. Dann hat mir glaube ich noch ein paar Eich. Da hat mir noch eine stehen, genau. Ach, die anderen werden jetzt am rumfliegen hier, ne? Stimmt ja, stimmt ja. Da war ja was. Was ist denn hier passiert? Aha. Wie kann das denn noch deren Gebiet sein? Haben die da ein Dings drauf oder was? Da sind die am rumfliegen. So. 44, der folgen 328. Gut. 21 Reichen. 21 Reichen drin. Davon sind so viele kleine, glittere Dingschreiche. Gut, das hätte auch schon wieder Neues, oder nicht? Wir sind zu spät gekommen, die Schmucke auf mir, oder? Haben dann begonnen, den irgendeinen Kognitiven im Aufstattschiedel. Ja, ich wusste nicht mehr, wo das war. Keine Ahnung. Nun, können wir gar nichts mehr machen. So, erst einmal gucken wir noch mal nach unserem einen Forschungsschiff hier. Müssen wir es erst einmal suchen. Das ist wahrscheinlich. Genau. Gucken wir mal hier. Kann es hier? Ja. Kann sogar die Projekte erforschen. Ach, danke. Danke, 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 danke. Aber, das brechen wir mal ab. So, wir werden dann erst einmal hier die Projekte erforschen. Und dann da. So, und die hier sind aber nichts. Was ist das hier? Unabhängigkeit. Das ist gut. Gut erklären. Nö. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen Val. Was? Ach, Vasa, nicht Val. Vasa, Li, Ri, Ren. Sind ja die, ne? Demogodic, Ubaric. Ja, genau. Zack. Gleich mal rüber da. Hopp, hopp. Die haben wir nur einen Planeten. Dafür, dass das 25% hier schneller gehen soll mit den Schiffen eigentlich nicht. Ha. Ah. 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 Ah.